Der Punkt ist, wenn die Menschen tatsächlich wüssten, dass diejenigen, die von Rechtsextremismus predigen, also sie sagen, der ist selbst mit Rechtsextremismus zu tun haben, dann würden sie feststellen, nur die Corona-Gesetzgebung, wir wissen das spätestens seit Tom Lausen, die Corona-Gesetzgebung beruft sich auf ein Urteil aus den 1940er Jahren von NS-Richtern. Also, dass praktisch der Einzelne zurückstehen muss hinter der Volksgesundheit. Das ist ein NS-Gesetz, wo die ganzen Richter nationalsozialistisch waren. Das ist die Basis der Corona-Gesetzgebung geworden. Das sind die Rechtsextremen. Nur da sind wir bei Sillione. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Der Antifaschismus, der heutige Antifaschismus, das sind eigentlich moderne SA-Truppen, die Demokratie verhindern wollen, die den Zentralstaat über Lengley steuern wollen und die allen anderen, die das erkennen, sagen, ihr seid rechtsextrem. Das ist eine Mogelpackung. Wer Probleme hat mit dem politischen Wechsel innerhalb einer Demokratie, mit dem Wechsel, der hat Probleme mit Demokratie. Und der ist selbstextrem. Aber dass du als Linksextremer alles andere als rechtsextrem wertest, das ist ja dein Wahrnehmungsproblem. Das ist so wie eine Polit-Sekte. Nach ihr kann es nur den Untergang geben in ihrem Denken. Diese Leute sind extrem gefährlich, aber sie sind eine Sekte. Und sie sind auch bereit, wie das oft bei Sekten ist, wenn das, was sie prophezeien, der Untergang nicht kommt, dann müssen sie ihn eben selbst eintüten. Und das muss man verstehen und immer mehr Bürger verstehen das. Und da bin ich übrigens bei Maximilian K. einer der klügsten Köpfe in der Politik, auch bei der AfD, der gesagt hat, Entschuldigung, ich bin auch kein Konservativer. Das behauptet ein Laschet auch von sich. Das ist mir zu schwammig. Ich bin rechts, sagt er von sich. Und auf die Frage, was soll das denn sein? Rechts ist jemand, der zu klassischen Werten steht, zu Heimat, zu Familie und der sagen kann, so wie ich bin, das ist erfahren, das ist gelebt und das ist in Ordnung, so finde ich mich gut. Und ich glaube, dass wir mal hinterfragen müssen, wieso ist denn eigentlich rechts pauschal schlecht und links ist pauschal gut? Wie ist das geschafft worden? Das ist die Framing-Leistung von Propaganda. Links ist pauschal gut und rechts ist pauschal schlecht. Wer in Deutschland rechts abbiegen will, muss aber den grünen Pfeil nehmen. Und das ist kein Zufall. Das habe ich schon mal gesagt. Also diejenigen, die heute sagen, dass die anderen rechts sind, machen selbst extrem rechte Politik. Rechte Politik ist zum Beispiel Ja zum Krieg, das machen Grüne und Linke, ist Waffenexport, ist einen Schwerverbrecher wie in den Jahu beim Völkermord unterstützen. Das ist rechts. Und offiziell ist aber rechts, wenn ein Orban sagt, wir müssen mit allen reden, wir wollen Frieden, wir wollen das Menschen diplomatisch, wir wollen das Töten stoppen in Europa, dann ist das rechts. Das ist Propaganda, das ist das Orwell-Doppelsprech. Und immer mehr Menschen erkennen das, dass wir es dort mit Leuten zu tun haben, die haben eine vollkommen gestörte Wahrnehmung und sind in eigenen Thinktanks, Gehirn gewaschen unterwegs. Und die Begriffe, die sie benutzen, haben nicht mehr die Bedeutung, die sie ursprünglich haben. Früher war das so, wenn jemand über den Tellerrand geguckt hat und damit für die Politik geeignet, war das ein Querdenker. Heute ist das ein Schimpfwort. Was ist denn los? Was ist denn los? Und das heißt, wir müssen uns unsere Sprache wieder zurückholen und die Begrifflichkeiten dahinter. Wir haben es heute mit einer totalen Verwurrung zu tun. Sondern tolerant sind diese Menschen nur, wenn man ihre Meinung bestätigt und werden extrem intolerant, wenn man nur eine Nü davon abweicht. Das ist die moderne Toleranz. Die moderne Toleranz ist eine extrem aggressive Intoleranz gegen alles, was das eigene Weltbild nicht zu 100% deckt. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Sie sind die eigentlichen Demokratiegefährder und behaupten dann aber von sich immer, sie sind die demokratische Mitte. Das ist absurd. Sie haben vor allem die Demokratie für sich gebracht. Wenn man einer Nancy Faeser zuhört, wenn man an sich, was sie in diesem Jahr zum Beispiel fabriziert hat, 2024, das Einzige, was sie gemacht hat, außer dass sie einmal eine Moschee stürmen hat lassen, da könnte man jetzt auch ganz viel dazu sagen. Denn wir haben die Leute interviewt und nicht nur über sie gesprochen, sondern mit ihnen gesprochen und uns mal angehört, was die dort abgezogen haben. Das ist irre. Das ist vergleichbar mit dem Kompaktverbot. Aber ansonsten war es nur Kampf gegen Rechts und Kampf für die Demokratie. Nancy Faeser ist Demokratie. Sie hat es für sich gepachtet. Sie hat ja auch gesagt, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich habe das Kompaktmagazin verbunden. Genau, der Staat bin ich. Ich habe eben mal die Pressefreiheit kassiert. Ich, Nancy Faeser, diese Frau aus einer Fehlbesetzung und der sogenannte Inlandsgeheimdienst, der sich hier als Verfassungsschutz erklärt, das gibt es ja in keinem anderen Land, der wird als politisches Tool eingesetzt. Übrigens mit jemandem, der eigentlich dort gar nicht sitzen würde, weil er gar nicht die Expertise dazu mitbringt. Aber das erinnert mich extrem stark an die DDR im Endstadium. Das sind Leute, die können sich eine Welt außerhalb ihrer Settings nicht vorstellen und die haben ihre Ideologie zum Parteiprogramm gemacht. Genauso könnte man sagen, mein Parteiprogramm ist Herr der Ringe. Und mach das zum Parteiprogramm. Und alles, was davon abweicht, ist extrem. Das hat sich losgelassen. Ja, genau. Also.